Ob er so lange pisst, bis er tot ist? Erstmal ein bisschen shooten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Übungsgefecht. Ihr ist gegen AMX 13. Ich wundere, was der Matthias sagt. Ich werde es erklären. Ob er so lange pisst, bis er tot ist? Also ich war in dem Moment auf Toilette. Deswegen habe ich hier ein bisschen schneller gemacht, weil ich da absolut nichts gemacht habe. Weil ich ja nicht da war, also weil ich auf Toilette. Und dann, jetzt sehen wir, dass ich da bin und es ist sofort, klar, erstmal daneben schießen. Und er mich trifft. Wow, gut gemacht. Und dann fährt er ein bisschen zurück. Das Ziel ist ihm jetzt nur gebraucht. Und ich schieße ihm eine Granate. Er hat ihn nach. Doch, er schafft es, bevor ich nachgeladen habe, so hinter den Berg zu kommen, dass er ihn nicht mehr treffen kann und so, dass er gewonnen hat. Ja, jetzt ist es vorgespielt, sich gefahren, dass er ihn nicht mehr sehen hat. Ich habe daneben geschossen, schon wieder. Und jetzt sagt er, dass er noch etwas hat. Ja, also er hat gesagt, er hat gesagt, er hat nichts vorab schießt, aber er hat nichts vorab schießt. Aber er hat nichts vorab schießen, aber er hat nichts vorab schießen. So, jetzt, ich kann ihn die ganze Zeit treffen, wie ihr seht, die ganze Zeit. Wenn ich schieße und tot schießen, aber ich will ihn, ja, das ist so ein kleines bisschen facken. Also, der Matthias macht das echt Spaß. Nur mir nicht, ganz. Ja, ich schaffe es immer noch nicht, ihn in den Tod zu rammen, das ist ja mein Ziel jetzt. So, jetzt hat er mir noch einen Schuss reingeholt, ich wollte immer noch fünfmal leben. Also, ich hätte noch zwei Schuss überlebt, mit Glück. Und wir sehen nach, er hat auch noch neun Sekunden, acht Sekunden, sieben, ich muss erst mal nachladen. Ich glaube, jetzt haben wir ihn, oder? Ja, wir haben ihn! Und, damit gewinne ich, und bin ich, der wird sie nach. Und, was ich noch zu dieser Serie sagen möchte, also es war eine sehr schöne Serie, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle Zuschauer, die diese Serie regelmäßig verfolgt haben. Und, wie immer, lasst mit Daumen da, abonnieren, profizieren, masturbieren, äh, was ihr alles tun wollt. Und, damit ein herzliches Tschöbelö! Tschö!